Fitness mit Marc Folge 347 Herzlich Willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber. Donuts mag er am liebsten, wenn sie mit dem Auto hergestellt werden. Marc Maslow Moin Moin, hier ist Marc Maslow, dein dranbleibend Fitnesscoach von Marathonfitness.de Heute reden wir über das Adermark-Formel, die ausgewogene Ernährung. Und zwar die Frage, wie viel Protein hat eigentlich ein Ei? Ja genau, das simple, das gute alte Hühnerei. Die meisten Menschen wissen, dass wahrscheinlich Eier sind ziemlich gesund und sie enthalten auch, das sagt der Name ja schon, viel Eiweiß. Aber wie viel Protein hat ein Ei genau? Und solltest du das Eigelb dazu packen oder wenn du nackt gut aussehen willst, lieber nur das Eiweiß essen? Diese und andere Fragen beantworten wir in dieser Folge und du kennst am Ende der Folge alles über Eier, was du wissen solltest. Du wirst also sozusagen zum Ei- und Eiweiß-Experten. Bis gleich. Bist du ein Dranbleiber? Zusätzlich zu diesem Podcast holen sich bereits vorsichtig formuliert über 30.000 Menschen über den wöchentlichen Dranbleiber-Newsletter praktische Tipps, die dir dabei helfen, nackt gut auszusehen. Werde Teil der Marathon-Fitness-Gemeinschaft von Menschen, die bereit sind, ihren Körper zu verändern. Trag dich ein für den Newsletter, werde Dranbleiber und sicher dir die drei Erfolgsgeheimnisse schlanker Menschen. Das Ganze ist übrigens kostenlos. Geh einfach auf dranbleiber.com und geh den nächsten Schritt, um nackt gut auszusehen. Die Adresse ist dranbleiber.com Der Eier gehören zu den eiweißhaltigsten Lebensmitteln überhaupt. Und sie liefern dir hochwertige Proteine, die dir beim Abnehmen helfen und die beim Abnehmen genauso wichtig sind wie für den Muskelaufbau und auch für die Regeneration. Und es stimmt, das Ei gibt dem Eiweiß seinen Namen. Aber enthält es wirklich so viel davon, wie man dachte? Wie viel Protein enthält ein Ei wirklich? Nun erstmal hast du vielleicht schon festgestellt, wenn du in den Supermarkt gehst und dir so eine Packung Eier anschaust, dann steht da einmal eine Größe. Eier gibt es in verschiedenen Größen, S, M, L und XL. Ein durchschnittliches Ei enthält etwa 7 Gramm Protein. Und wie viel Eiweiß jetzt genau enthalten ist, das hängt von der Größe des Hühnereis ab. Lass uns die Größen mal durchgehen. So ein S-Ei, das ist sehr klein, hat ein Gewicht von knapp unter 50 Gramm. Und das enthält dann nur etwas weniger als 6 Gramm Eiweiß. Ein mittelgroßes Ei, das waren die 7 Gramm, die ich eben erwähnt habe. Da gehen wir dann schon auf Richtung 60 Gramm, was so ein Ei ungefähr wiegt. Ein L-Ei wiegt so um und bei 70 Gramm. Das sind dann ein bisschen über 8 Gramm Eiweiß. Ja, und ein sehr großes Ei, so ein XL-Ei, das wiegt um und bei 75, vielleicht 80 Gramm, manchmal auch mehr. Das sind so richtig große Eier. Die enthalten dann gut 9 bis 10 Gramm Eiweiß. Du kannst das Ganze natürlich auch abwiegen und in Kalorientabellen findest du meist Angaben pro 100 Gramm eines Lebensmittels. Nun, die Eier, die essen wir ja meistens nicht im 100 Gramm, aber damit du es mal gehört hast, 100 Gramm Ei enthalten 12,6 Gramm Protein. Das ist das, was in den offiziellen Tabellen für Lebensmittel steht. Alles, was ich in dieser Folge sage, das kannst du natürlich auch wie immer in den Shownotes nachlesen. Da habe ich auch Tabellen für dich, sodass du das Ganze nachschlagen kannst. Ja, und um ein Gefühl für diese Werte zu bekommen, für diese Nährwerte, kannst du sie mal in Relation zum Tageseiweißbedarf aktiver Sportler setzen. Die brauchen so um und bei mindestens 1,6 Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht und einige brauchen auch mehr. Gerade wir Kraftsportler brauchen schon zwei Gramm Eiweiß, manchmal auch mehr, zweieinhalb Gramm oder darüber hinaus. Das heißt, nehmen wir jetzt mal Beispiel, ein 80 Kilo schwerer Sportler benötigt damit, wenn wir die untere Grenze nehmen, mindestens 128 Gramm Eiweiß pro Tag. Optimal wären 192 Gramm pro Tag und eine 65 Kilo schwere Sportlerin, die braucht mindestens 104 Gramm Eiweiß am Tag und optimal wären 156 Gramm. Nicht-Sportler brauchen nicht so viel, ganz klar, weil die eben ihre Muskeln nicht benutzen, da muss auch nicht so viel repariert werden und es muss auch nichts aufgebaut werden. Nicht-Sportler, die kommen halt mit so 1,2 bis 1,8 Gramm pro Kilo Körpergewicht aus und die brauchen dann eben auch nicht ganz so viel Eiweiß. So, das war jetzt die ausführliche Antwort, aber die Kernaussage ist, wenn du mich fragst, wie viel Protein hat ein Ei, dann ist die Antwort, ein durchschnittlich großes Ei enthält 7 Gramm Eiweiß. So kann man sich das merken. Jetzt gibt es ja eine spannende Frage, die sich daraus ergibt. Lass uns mal einen Blick auf den Eiweißgehalt der verschiedenen Bestandteile eines Hühnereis werfen. Viele Menschen denken ja bei Eiweiß tatsächlich erstmal nur an das Eiweiß, also das Eiklar. Und wenn wir uns da mal die Nährstoffe angucken, dann sehen wir, das Eiklar besteht zu 91% aus Protein. Und den Rest, die verbleibenden 9%, die sind zu einem Drittel aus Fetten und zwei Dritteln aus Kohlenhydraten. Also 3% Fett, 6% Kohlenhydrate, 91% Protein. Das heißt, die Bezeichnung Eiweiß, die passt hier auch schon ziemlich gut. Und wenn du dir so ein Eiweiß anschaust, dann merkst du das auch schon, da ist ganz viel Wasser drin. Das Eigelb liefert dir aber auch sehr viele Proteine. Das Eigelb liefert dir bis zu 50%, bis zur Hälfte der Proteine, die ein Hühnerei enthält. Und daneben enthält das Eigelb ganz im Gegensatz zum Eiklar auch noch viele Vitamine, Mineralstoffe und lebenswichtige Fette. Das heißt, von den knapp 7 Gramm Proteinen, die so ein mittelgroßes Ei enthält, stammen 3 Gramm aus dem Eigelb und 4 Gramm aus dem Eiweiß. Das heißt, das Eigelb ist wirklich so eine Art Superfood. Da sind sehr viele Nährstoffe drin. Im Eiweiß ist im Wesentlichen Protein drin. Dadurch, wenn wir uns das Ganze mal auf 100 Gramm anschauen, also 100 Gramm Eiweiß enthält hauptsächlich Protein und dadurch auch recht wenige Kalorien. Eigelb enthält auch viel Protein, aber eben auch viele Fette und dadurch hat ein Eigelb pro 100 Gramm deutlich mehr Kalorien. Die genauen Werte findest du in den Shownotes. Damit möchte ich dich jetzt nicht langweilen. Ich denke, die einzelnen Werte, die willst du dir wahrscheinlich beim Zuhören eh nicht merken. Ich habe dir auch mal die ganzen Nährstoffe, also die Mikronährstoffe rausgesucht. Auch die kannst du dir mal angucken. Also die einzelnen Vitamine und die Mineralstoffe, auch die findest du in den Shownotes mal gegenübergestellt. Was ist im Eiweiß drin, was ist im Eigelb drin? Denn wenn du nackt gut aussehen willst, dann brauchst du eben alles. Alle Makronährstoffe, alle Mikronährstoffe bei den Makros natürlich. Vor allen Dingen Eiweiß und eben die gesunden Fette. Wenn du also in den Genuss kommen willst von allen gesunden Nährstoffen, die in einem Hühnerei drin sind, dann solltest du wirklich das ganze Ei genießen und nicht nur das Eiklar. Zusammengefasst heißt das also, Eigelb und Eiklar enthalten nahezu gleichermaßen viel Protein und das Eiweiß liefert ein bisschen mehr davon. Dafür hat das Eigelb sehr viele andere gesunde Nährstoffe noch enthalten. Eine spannende Frage ist ja, wenn du ein Ei jetzt kochst, veränderst du dadurch die Eiweißqualität? Vielleicht hast du das schon mal gesehen, in so Videos sieht man ja häufig dann die Fitnessgeeks, die sich die Eier roh reinkippen. Und die Frage ist, ist das wirklich besser, so ein Ei roh zu essen oder macht es vielleicht Sinn, das zu kochen? Nun, Eier enthalten ja alle lebenswichtigen, essentiellen Aminosäuren in einem optimalen Verhältnis für den menschlichen Körper. Und trotzdem scheint die Zubereitungsmethode von Lebensmitteln die Art und Weise, wie gut dein Körper sie verwerten kann, maßgeblich mit zu beeinflussen. Und es ist, und das ist vielleicht überraschend an der Stelle, aber es ist tatsächlich so, dass rohe Eier am wenigsten gut verwertet werden können. Und dazu gibt es auch mehrere Studien. In einer Studie kredenzten die Wissenschaftler ihren Probanden entweder eine Mahlzeit mit rohen Eiern oder eben eine Mahlzeit mit gekochten Eiern. Und dann haben sie mal geschaut, wie gut verwerten diese Menschen die jeweilige Mahlzeit. Und die Antwort ist hier, das Protein der rohen Eier konnten die Probanden nur zu 51% verwerten und bei den gekochten Eiern konnten sie aber 91% aufnehmen. Das heißt, wenn du die Eier kochst, dann hast du mehr von dem enthaltenen Eiweiß. Und es gibt noch eine weitere Forschungsarbeit, die hat einen ähnlichen Versuchsaufbau. Das heißt, auch da wurden die Probanden jeweils einer Gruppe zugeteilt, die dann eben Rohkost bekommen haben oder in irgendeiner Weise gekochte Eier. Und da sind die Werte ein bisschen anders, aber trotzdem ist die Größenordnung ähnlich. Bei der Rohkost wurde eine Proteinaufnahme von 74% ermittelt bei rohen Eiern eben und 94% bei gekochten Eiern. Also auch hier ein deutlicher Unterschied. Übrigens sind solche Abweichungen bei Studien völlig normal. Aber das, was uns interessiert hier, ist die Größenordnung. Und hier gibt es offenbar einen qualitativen Zusammenhang. Wenn du Eier kochst, dann kann dein Körper das enthaltene Protein besser aufnehmen. Ja, und noch ein Gedanke am Rande für alle, die trotzdem gerne Rohkost lieben. Bei rohen Eiern darfst du ein bisschen aufpassen. Rohe Eier können mit Bakterien kontaminiert sein und dann eben eine Lebensmittelvergiftung auslösen. Kernaussage ist an dem Punkt, dein Körper kann Eiweiß aus gekochten Eiern besser verwerten als das Eiweiß roher Eier. Lass uns mal über Muskelaufbau reden. Solltest du, wenn du Muskeln aufbauen willst, vielleicht nur das Eiweiß essen? Oder baust du besser Muskeln auf, wenn du das gesamte Ei isst? Und tatsächlich hat sich auch damit die Wissenschaft schon beschäftigt. Nun, Eier sind ja erstmal generell hochwertige Proteinquellen. Und wenn du Muskeln aufbauen willst, dann brauchst du genug Protein. Soweit, so klar. Ja, und um jetzt Kalorien zu sparen für alle, die vielleicht abnehmen wollen oder die möglichst schlank Muskeln aufbauen wollen, verzichten gerade die Bodybuilder oft auf das Eigelb und essen dann eben nur das Eiweiß. Worauf sie eben auch verzichten, das hatten wir eben schon mal angedeutet, sind die gesunden Nährstoffe, die die Muskelproteinsynthese zusätzlich unterstützen könnten. Ja, weil Fette und Vitamine und Mineralstoffe brauchst du ja dafür auch. Deswegen ist die spannende Frage, macht es Sinn, nur das Eiweiß zu essen oder solltest du lieber das gesamte Ei essen, wenn du Muskeln aufbauen willst? Und genau das haben Forscher untersucht. Die haben zehn gesunde Kraftsportler sich rausgenommen und haben die dann ein Beintraining absolvieren lassen. Ja, genau. Die Art von Training, die wir alle lieben, das Beintraining. Und danach verzehrten die Probanden jeweils eine identische Menge an Proteinen, entweder in Form von Eiweiß, also ohne das Eigelb, oder eben als Vollei. Und abschließend beobachteten die Wissenschaftler dann, wie sich die Muskelproteinsynthese der Probanden für fünf Stunden nach der Mahlzeit entwickelt. Und ja, Oldschool-Kraftsportler unter uns, die dürfte das Ergebnis überraschen. Der Vollei-Verzehr führte im Endergebnis zu einer höheren Muskelproteinsynthese gegenüber der gleichen Proteinzufuhr aus Eiweiß. Und wenn wir uns die Werte angucken, dann war der Unterschied sogar relativ groß. Nach fünf Stunden lag er bei immerhin 30 Prozent. Das heißt, die, die nur Eiweiß gegessen haben, die haben auch Muskeln aufgebaut. Aber die, die das ganze Ei gegessen haben, die haben eben noch besser Muskeln aufgebaut. Welche Bestandteile des Eigelbs jetzt für diese Optimierung der Muskelproteinsynthese verantwortlich sind und wie genau sie dazu beitragen, das wissen wir bisher noch nicht. Das wurde noch nicht untersucht. Und die These ist, dass offenbar nicht nur die Eiweiße selbst bei der Muskelproteinsynthese eine Rolle spielen, sondern eben auch die anderen Nahrungsmittelbestandteile. Wer also Muskeln aufbauen will und oder die Muskelregeneration fördern will, der darf guten Gewissens das ganze Ei essen. Kernaussage an dem Punkt, also Eiweiß hilft beim Muskelaufbau. Das ist erstmal nichts Neues. Aber wer das gesamte Ei inklusive des Eigelbs verzehrt, der kann die Muskelproteinsynthese zusätzlich fördern. Ja, und bevor wir diese Folge beenden, habe ich noch eine Frage, die ich mit dir durchgehen möchte. Die Frage nach allen möglichen anderen Vorteilen. Gibt es denn sonst noch Vorteile, die Eier uns liefern für die Gesundheit oder zum Abnehmen? Wenn wir uns die Studien angucken, dann sehen wir, dass Eier wirkliche Superfoods sind. Die gehören zu den nährstoffreichsten und gesündesten Lebensmitteln, die du essen kannst. Und wenn wir uns anschauen, wie die Kaloriendichte ist und die gegenüberstellen mit der Nährstoffdichte, dann sehen wir, dass Eier vergleichsweise wenig Kalorien enthalten für die Dichte an Nährstoffen, die da enthalten sind. Ein mittelgroßes Ei wiegt ja gerade mal 58 Gramm, enthält damit wenig Kalorien, 83 Kalorien hat so ein Ei. Und auf 100 Gramm bezogen enthält es 143 Kalorien, fast keine Kohlenhydrate, viel Eiweiß, 12,6 Gramm, gesunde Fette, 9,5 Gramm und vor allem Wasser. Und Ei enthält über 75% Wasser. Und trotz der wenigen Kalorien liefern Eier dir praktisch alle Nährstoffe, die du zum Leben brauchst. Eier sind zum Beispiel reich an Cholin. Das ist ein essentieller Mikronährstoff. Cholin ist weder ein Vitamin noch ein Mineralstoff. Und wurde tatsächlich erst vor kurzem, zumindest in der Zeit, in der Ernährungsforschung stattfindet, Ende der 1990er Jahre entdeckt. Cholin musst du über die Ernährung aufnehmen. Und das ist in vielen Stoffwechselprozessen in deinem Körper beteiligt. Wie zum Beispiel Aufbau von Zellen, Kommunikation der Zellen untereinander, Fettstoffwechsel, Transport von Fetten im Körper, aber eben auch DNA-Synthese. Das heißt, in ganz vielen Stoffwechselprozessen brauchst du Cholin. Und das spielt auch eine wichtige Rolle in der Funktion deines Nervensystems. Von der Muskelfunktion, also Kontraktion der Muskeln, bis hin zur Gedächtnisleistung. Und daneben sind Eier auch hervorragende Quellen für Vitamine. Die Vitamine A, B2, B5, B12, Vitamin D, Vitamin K und Folsäure sind in Eiern enthalten. Aber eben auch Mineralstoffe wie Eisen, Phosphor, Zink und Selen. Und neben ihrem Nährstoffreichtum wird der Konsum von Eiern auch mit einer Vielzahl gesundheitlicher Vorteile in Verbindung gebracht. Offenbar helfen Eier auch beim Abnehmen. Und für alle, die schon abgenommen haben und ihr Gewicht halten wollen, auch denen helfen sie. In Studien wurde nämlich beobachtet, dass Eier sehr gut und sehr anhaltend sättigen. Menschen, die zum Frühstück Eier essen, die essen in den darauffolgenden 24 Stunden deutlich weniger Kalorien, als Menschen, die die gleiche Energiemenge in Form belegter Brötchen frühstücken. Ein interessanter Vergleich, oder? Und dann gibt es noch eine Studie, in der Männer, die Eier zum Frühstück aßen, am folgenden Mittags- und Dinnerbuffet, also Mittags- und zum Abendessen, konnten diese Männer dann so viel essen, wie sie wollten. Aber die, die Eier gefrühstückt haben, die haben an dem Tag insgesamt 470 Kalorien weniger gegessen. Und das ist ganz schön viel. Ja, und letztes Argument, Eier, auch Bio-Eier sind kostengünstig und sie sind auch leicht zuzubereiten. Das heißt, Kernaussage, an der Stelle, Eier sind nicht nur Proteinbomben, sondern sie sind auch echte Nährstoffbomben. Sie helfen dir außerdem beim Abnehmen und sie tragen dazu bei, dass du bei darauffolgenden Mahlzeiten weniger Appetit hast. Ja, und damit kommen wir zum Ende für diese Folge. Ein mittelgroßes Ei. Das war ja die Ausgangsfrage. Ein mittelgroßes Ei enthält etwa 7 Gramm hochwertiges Protein, das dich unterstützt, wenn du Muskeln aufbauen willst und wenn du regenerieren willst. Und wenn du das in Hühnereiern enthaltene Eiweiß möglichst vollständig aufnehmen möchtest, dann solltest du die Eier eher gekocht als roh verzehren. Wer möglichst schnell Muskeln aufbauen will, der sollte ruhig das komplette Ei verzehren und nicht nur das Ei klar. Last but not least sind Eier vergleichsweise kalorienarme Lebensmittel, die aber viele Nährstoffe enthalten, die gut sättigen und dadurch den Fettabbau unterstützen. Und damit verabschiede ich mich für diese Woche bei dir. Wir hören uns nächste Woche wieder. Lass es dir schmecken und hab ein gutes Training. Bis dann. Cool, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Falls du Feedback hast zu dieser Show oder Vorschläge für Interviewpartner, die ich in einer der nächsten Folgen interviewen sollte, schick mir eine Mail an podcast.marathonfitness.de. Die Show Notes und weitere Infos findest du unter marathonfitness.de-podcast. Und da findest du auch Links, wie du mich über Twitter, über Facebook oder über andere Wege erreichen kannst. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes oder über Stitcher oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Die beste Möglichkeit dran zu bleiben ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder auf deinen Computer liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst. Oder du gehst auf www.marathonfitness.de-podcast und klickst auf Abonnieren. Wenn dieser Podcast dir gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf iTunes, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein, versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen. Das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen.